So, da ist unser Schlüssel, 6000 kostet er, der ZZZ mein K, gehe ich jetzt zur Tür steht hier Schlüssel erforderlich, drücke ich jetzt, kommt oben eine Meldung, dieses Schloss kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden, da ist er ja, juhu, so, und jetzt gehe ich durch, voila, oh, was ein schöner Ort, so, ja, ganz gut, ne, ne, so, ausschließend für Novi's, hierfür brauchen wir jetzt einen Dietrich, und ich habe hier einen Haken gemacht, bei dieser Tür, wenn ich die knacke, kriege ich ein Kopfgeld, wie das, was ich im Video auch gezeigt habe, na, noch ein bisschen, so, da, fünf Kopfgeld zu Weißlauf, okay, weil es natürlich eine Weißlauf-Tür ist, die Tür, die kann man genauso wie eine Tür öffnen, sperren, verschließen, hier ist natürlich jetzt Experte angesagt, klick, siehst du, das ist natürlich viel schwerer, Okay, das war jetzt das Tutorial dazu.